Willkommen zurück in den Königreichen von Eko, hier auf unserer kleinen Farm. Ja, ich habe zwischen den Folgen ein bisschen weiter gemacht, weil mir das alles nicht so gefallen hat, habe ich hier ein bisschen das Feld eingekürzt, damit ich schon weiß, wo ich in der Aufnahme weitermachen muss. Habe ich das erstmal so gelassen und jetzt wollen wir hier erstmal die Erde weiter einstampfen. Das habe ich übrigens nicht hingekriegt, das habe ich so aber einstampfen können. Komischerweise waren es glaube ich sechs, drei oder sechs der Blöcke, konnte ich glaube ich weggraben, aber irgendwie den Rest dann doch nicht, trotz des Wassers, aber gut. Wie gesagt, Wasser ist hier recht unberechenbar. So, das brauchen wir natürlich hier auch jetzt nicht mehr, was ich auch gar nicht so schlecht finde, weil das steht hier sowieso ein bisschen über, also würde ich überstehen, aber da haben wir ja auch dann was anderes mit vor. Also verbreitern werden wir das ganze Plateau wahrscheinlich da oben trotzdem noch. Das ist ja auch nicht so schlimm. Können wir alles machen, können wir alles machen, werden wir alles machen. So. Ich will erstmal ein bisschen Erde reinschaufeln, dass das hier auch wieder zu wird, die ganze Landschaft erstmal zukleben mit der Kack Erde und dann passt das. So, dann können wir jetzt hier auch gleich schon das Silo reinsetzen. Mal gucken. Ähm, so. Das ist drei mal drei, ne? Eins, ja, eins, zwei, drei. Das heißt, hier können wir eigentlich zumachen, komm, wir machen mal hier sogar zu. Dann brauchen wir sogar noch nicht mal bis da ganz vorn dran, dann reicht es auch völlig, wenn wir ein weiter hinten, also zum Feld hin noch schließen. Das können wir auch machen, das ist auch nicht das Problem. Ja, ich glaube, das machen wir auch gleich mal. So. So, dann haben wir hier eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, das passt. Neuner Größe, das passt. Gut. So, eins, zwei, eins, zwei. Dann können wir die hier auch noch wieder wegnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, schön einem erwachsenen Mann beim Zählen zuzuhören, nicht wahr? So. Dann haben wir es ja gleich schon geschafft. So, jawohl. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Und dann kommt da der Weg. Das ist gut. Dann haben wir hier auch eine neuner Innengröße. Das ist optimal. Sehr schön. Ja, gut. Dann können wir jetzt die Silo schon mal hinsetzen. Ja, was pflanzen wir hier eigentlich an? Was wechseln hier außer Rüben? Müssen wir auch mal gucken. Dann gucken wir hier erstmal. Äh, Mais. Wie hieß denn nochmal Mais? Mais hieß, äh, äh, Korn. Steht da ja nicht, aber es heißt Korn. Korn gilt. Na, schauen wir mal. Kriegen wir hier irgendwie... Ja, na ja, na ja. Ja, geht so. Naja. Naja, mehr schlecht als recht. Hier würde es wachsen, hier wo die Silo-Sittern stehen. Naja. Vielleicht nicht unbedingt so die beste Idee. Wie heißt denn hier nochmal Weizen? Weed. Weed war das, glaube ich, oder? War das Weed? War das Weed? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ja. Nicht Waterweed. Nicht Waterweed, sondern hier normales Weed. Ist das da richtig? Ja, ich glaube, ja. Das würde hier wachsen. Das würde hier sogar super wachsen. Da wächst, glaube ich, nur Beed. Beed, Beed, Beed. Beed's Yield Potential. Ja. Da wächst nur Beed. Ja, ist doch optimal. Ist doch super. Das freut mich. Ja, ein Träumchen. Sehr schön. Können wir gerade wieder zuklappen. Ja, super. Dann wissen wir schon, womit wir hier das Feld bepflanzen. Nämlich mit Weizen, wofür auch die Silos eigentlich gedacht waren. Und natürlich die Beeds. Die wir auch unbedingt brauchen, weil die nur ganz, ganz wenig Gebiet hier nur haben. Gebiet. Ja. War ein Wortwitz. Hä? 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 Ja. Schon traurig, wenn man über seine eigene Witze lachen muss. Na gut. Dann wollen wir mal Silos aufstellen. Und, ähm, zwei. Moment mal. Also ich, habe ich nicht vor zwei oder drei Folgen gesagt, ich dachte, ich hätte zwei gebaut. Und jetzt habe ich auf einmal zwei hier drin. Die ganze Zeit schleicht sich nur eins hier rüber und jetzt sind hier auf einmal zwei drin. Ihhh. Ich platze gleich. Ja. Na gut. Was soll's? Warum will ich mich beschweren? Es ist ja zumindest wieder da. Dann ist es ja wenigstens nicht weg. Das finde ich auch schon mal wieder grandios. Gibt's ja auch eine Mitte? Wäre echt toll. Eine Mitte gibt's hier nicht wirklich, ne? Doch, hier müsste Mitte sein. Hier müsste die Mitte sein. Äh, wie rumdrehen? So rum, oder? Richtung Feld. Ach komm, wir, wir drehen's hier Richtung. In diese Richtung. Weil, dann sieht das schöner aus. Ich baue, ich baue schön. Ich baue nicht praktisch, ne? Von daher, bitte nicht vergessen. Nie vergessen. Ich baue nur schön. Nicht praktisch. So, das müsste auch so passen. Ja, das passt wunderbar. Erste Sahne. Träumchen. Sind noch ein bisschen hässlich. Wären schöner, wenn sie weiß wären, aber... Oder weiß mit einem obendrauf einen roten Popel und das hier unten auch ein bisschen rot gepopelt. Und dann passt das. Also kackbraun. Jetzt sieht's kackbraun aus. Soll ich vielleicht schwarz darstellen. Ich weiß es nicht. Voll so eckig. Naja, Low Polygon. Naja. Wäre schön ein High Poly. Aber naja, gut. Ja, und nun. Jetzt wollen wir hier Weizen und Beats. Oh ja, Beats wollen wir mal sehen. Dann wollen wir mal sehen, wo wir hier Beats einsehen. Wir müssen die Felder natürlich noch trennen. Aber dann müssen wir erstmal hier Felder haben. Ja. Hm. Gut. Dann, äh, ja. Wollen wir hier mal unsere 27 Rübensamen mal einsehen. Das ist nicht viel. Dafür brauchen wir wieder die Map. Environment Data. Pflanze. Nein, nicht Plantgrupp. Nicht Pflanzengruppe. Nein, nein, nein. Beats Yield Potential. Show in World. Ich übersetze gleich hier on the fly, ne. Jetzt seh ich nur nicht mehr so viel vom Feld. Auch nicht schlecht, aber... Etwas verwirrend. Hier. Hier kann man, hier kann man es reinsetzen. So. Ja. Ja, 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 ja. Knapp, ganz knapp, aber passt. Das ist schon mal sehr schön. Das ist sehr schön. Das freut mich. Aber wir brauchen noch viel, viel mehr Beats Yields. Beats Yields. Beats Yields. Beats Yields. Die Beats Yields brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Aber, äh, auch noch. Wollte ich sagen. So. Was ich mal so sagen will. Ach. Manchmal... Manchmal fällt es mir schwer, mich auszudrücken. Wir holen, glaube ich, erstmal hier diese Weizensamen, oder? Wie weit können wir die sehen? Eigentlich bis hier nur. Ja, sicher. Da wird hier ja ein Loch sein. Warum ist dann hier ein Loch? Blau? Blau ist ganz, ganz schlecht, ne? Blau. Achso, wir stehen ja schon im Beet. Das ist gut. Dann können wir bis hierhin... Vielleicht auch bis hierhin sehen. Äh, Sähen. Natürlich Sähen. Okay, bis Straßenende, oder ist das noch nicht Straßenende? Es ist das Straßenende. Das ist gut. Also hier... Das ist eigentlich eine ganz gute Grenze, oder? Kann man es hier so machen? Na, hier ist schon sehr blau. Also ich möchte vielleicht dann doch lieber... Eine hintere Straßengrenze. Also hier so. Wäre, glaube ich, vielleicht sinnvoller. Ja, muss ich mal gucken. Wir gehen einfach mal die Strecke ab. Ja, nee, hier ist auch noch zu kalt. Hier, hier würde ich es lieber haben. Obwohl, hier wechselt es vielleicht noch. Hier bestimmt nicht mehr. Hier vielleicht. Ah, ich weiß nicht. Möchte ich da ein Loch drin haben? Eigentlich nicht so gerne. Aber es kommt darauf an, wie weit wechseln jetzt Beats nochmal. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir nicht alles merken. Ähm, Beats yield. Ja, die Beats, die wachsen schon noch so weit, ne? Außer hier vorne. Hier vorne wächst gar nichts. Hm. Dann kann es ja auch von mir aus auch gerne frei bleiben. Das ist ja auch nicht das Problem. Ist ja nicht so schlimm. Ich meine, hier können wir noch was sehen. Hier die ganze Reihe hoch. Machen wir auch. Und dann das hier. Ja gut, das geht. Das ist okay. Damit kann ich leben. Aber das stört ein bisschen gerade die Farbe. Achso, deshalb ist schon wieder Nacht. Ah, ist ja endlich mal was Neues. Ach, Leute. Aber auch fast jedes Mal. Fast jedes Mal wachen. Bäh, bäh, bäh. Die Maus, die Maus. Das Mauskabel. Das hat irgendwie verheddert. Aber auch jedes Mal. Egal, wie ich anfange. Ich fange meistens nachts an. Oder kurz bevor es nachts wird. Weil ich hier unten nicht darauf achte. Ja. Scheinbar genauso wie ich wie aus Kabel. Hallo. Ach, bäh. Das war jetzt eklig. Jetzt fangen wir erstmal kurz hier rüber. Zu unseren. Hallo. Zu unserer Sämerei. Und dann wollen wir da mal ein paar Weizensamen und ein paar Bietsamen, falls wir welche haben. Schon mal hier aus irgendwelchen Truhen heraus krabbeln. Äh, krabbeln und krallen und so weiter. Weißt du? Schauen wir mal. Jawohl. Ganze zehn Eicheln. Wow. Ja, hm. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Äh, Weizensamen haben wir auch nicht so wahnsinnig viele. Warum? Weizen. Weizensamen. Warum haben wir nur so wenig Weizensamen? Ich meine 92 sind schon reichlich. Aber das war mal mehr. Das war mal mehr doch. Moment. Jetzt wollen wir mal vielleicht nochmal hier 50 nochmal. Kann man das machen? Geht das mit normalen Weizen? Geht das mit normalen Weizen? Ich glaube ja. Ich glaube es ging irgendwie so Weizensamen. Schauen wir mal. Weizensamen. Jawohl. 50. Da kriegen wir, oh, da kriegen wir sogar reichlich raus. Äh, vielleicht sogar 125. Ja. Ich glaube 126. Nein. Nein. 125. 150 Weizensamen. Das geht. Damit können wir leben. Das geht schon. Ähm. Genau da rein. Das ist gut. Ach hier. Noch mehr Weizen. Och, das ist ein Traum. So viel brauchen wir nämlich gar nicht. Ach. Warum mache ich dann überhaupt was? Mann. Nein. Moment. Äh. Obwohl damit wir was auf Lager haben. Gut, alles klar. Ach, wollte ich auch noch gucken. Beezies. Mensch. Die Beezies. Wo haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwo Beezies? Äh. Ich fürchte fast nicht. Bei Mais. Äh. Kaktusfeigen. Kaktusfeigen. Geil. Die ersten Weizensamen sind fertig. Prärililien. Hier mal Rüben. Nehmen wir die Rüben mal mit. Die Rübezahl. Die liebe Rübezahl. Ja. Na gut. Müssen wir bei Gelegenheit noch mal ein paar herstellen. Ja. Lass den LKW doch einfach stehen. Warum auch nicht hier mitten in der Einfahrt auch stehen lassen? Ja. Ich bin Lieferfahrzeug. Ich darf das. Bin Lieferant. So. Mal gucken hier. Ja. Passt ja gerade so drunter durch. Ich hatte gerade schon Bedenken, dass wir hier an der Baumkrone hängen bleiben. Aber scheinbar dann doch nicht. Ach ja. Du machst es mir nicht leicht, aber ich liebe dich trotzdem. Ach ja. Das liebe, schöne Ekolein. Ja. Es gefällt mir schon viel, viel besser, seitdem der Kran endlich weg ist und seitdem das Schild dann nicht mehr am Schweben ist. Aber war da nicht vorher ein Leerzeichen dazwischen? War da nicht vorher eine leere Zeile dazwischen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Müsste ich vielleicht noch mal in einem der alten Aufnahmen gucken. In einem der alten Aufnahmen. Das hört sich jetzt an. Ach ja. Da. Guck mal. So ein Bison. Wie er da steht. Ja. Nee. Naja. Sah eben ganz, ganz, ganz cool aus, wie der Meteor da so über den Bison halt so. So. Ja. Daher. Schwupp. Naja. Gut. Dann wollen wir hier mal gleich mal ein bisschen pflanzen. Weizen pflanzen. Ja. Nur. Wie wachsen die noch mal? Natürlich. Wie wachsen die jetzt noch mal? Weiß ich jetzt nicht. Habe ich mir wieder nicht gemerkt. Ich bin echt schlimm. Gut. Also. We deal potential. Anzeigen in Welt. Ja. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Und dann. Dann geht es jetzt mal los. Dann pflanzen wir hier mal Weizen an. Okay. Okay. Hier können wir sogar noch. Wie schön. So. Occupy bereits. Hier auch. Hier auch. Will. Das ist der Nachteil. Wenn man. Wenn man nicht sieht. Wo man schon was gesetzt hat. Wenn man irgendwas in der Welt anzeigen lässt. So. Machen wir vielleicht mal so. Ich glaube dann. Bess. Ja. Ist auch nicht besser. Ne. Obwohl ein bisschen vielleicht. Vielleicht so ein bisschen. Ist echt schlecht zu sehen. Sind sehr winzig die Pflanzen. Aber gut. Ist ja fast wie im richtigen Leben. So. Hier wächst doch schon überall was. So. Wir haben. Das fällt ja schon fast voll. Aber nur fast. Ob die Weizen damit auch reichen werden? Ich habe Bedenken. Nein. Doch reichen. Alles klar. Die werden reichen. Und wir haben sogar noch welche übrig. Um sie wieder in die Kiste reinzustopfen. Ist doch toll. Ach. Ich finde das schön. Ja. Jetzt kann alles wachsen und gedeihen. Das finde ich ganz ganz klasse. Ich finde das schön. Wenn auch hier was angeht. Was man hier in Eco auch pflanzt. Das finde ich mal so. So schön und beschaulich. Und auch. Auch sinnvoll. So. Hier könnte man allerdings dann auch so einen Trenner rein machen. Dann hätte man hier vielleicht. Obwohl es wächst ja sowieso überall das Zeug. Dieses Teufels Zeug. Moment. Da wollen wir mal gucken. Weed ist. Haben wir ja schon gerade gelegt. Und dann brauche ich hier eigentlich. Hallo. Achso. Das geht so nicht. Da muss man hier tatsächlich angrabbeln. Und den nach oben ziehen. So. Und dann. Wie so einen alten Popel. Das war jetzt sehr klug. Anzeigen in der Welt. So. Kart weg. Kann man so machen. Dann kann man hier noch einen Trenner reinhauen. Und dann ist das so alles schick. Ja. Wunderbar. Optimal. Und da wächst auch alles. Das ist sehr schön. Da freue ich mich. Ja. So. 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 Dann haben wir hier auch noch so ein Kränzchen drum. So. 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 Dass ich auch weiß. Da sollen überall Beats wachsen. Weil die werden sowieso nicht reichen. Wie gesagt. Sie werden sowieso nicht reichen. Dann wollen wir hier nochmal mit unserem Straßenwerk nochmal durchforsten. Und hier einfach noch so einen Weg lang plätten. Gut. Der wird nicht symmetrisch sein. Aber was soll's. Das ist auch nicht so schlimm. Der könnte aber symmetrisch sein. Wenn wir wollten. Dann müssen wir hier nur den ganzen Kram wieder rausschneiden. Aber ich weiß nicht. Ob das jetzt geht. Ähm. Hm. Geht das? Äh. Nein. Es geht nicht. Sollten wir vielleicht wachsen. Warten. Nicht wachsen. Sondern warten. Bis die Dinger erwachsen sind. Und dann hier noch einen Weg noch hochlegen. Und dann ist das doch okay. Dann haben wir beide. Auf beiden Seiten dieselbe Feldgröße. Das ist doch schön. Ich find das toll. Gut. Alles klar. Dann haben wir hier schon mal. Soweit alles erledigt. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon mal die anderen Kappes alles aufstellen. Aber wo? Aber wo? Aber wo? Hier bräuchten wir noch ein bisschen mehr Land? Ich glaube ja. Ja. Können wir sogar noch anlegen. Dann holen wir noch mal ein bisschen Erde hier aus dem LKW. So den Rest, den wir hier drauf haben. Und schmeißen den schon mal da rein. Wo er denn hingehört. Um hier mehr Land zur Verfügung zu haben. Ja. Jetzt wird's hell. Weißt du? Tak, 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 tak. Wir kommen wahrscheinlich sehr, sehr weit damit. Also quasi überhaupt nicht. Es reicht hin und vorhin nicht. Das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich auch jetzt. So. So. Näh. War knapp. Sag mal. Weiß. Toll. Der ist jetzt weg. Warum? Wegen dem Platzierungskram hier von Echo. Na gut. Was willst du machen? Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Nicht aufregen. Keine Panik. So. Ist das richtig? Das ist noch. Ist das alles richtig? Noch ist das alles gut? Noch ist das alles hübsch? Alles schön? So. 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 Das kriegen wir doch alles hin, Leute. Das kriegen wir doch alles geregelt. Wir müssen nur zwischendurch noch irgendwo Erde sammeln. Denn das ist leider der Rest vom Schützenfest. Ich weiß noch nicht, wo ich die ungesehen irgendwo rausbuddeln kann. Ähm. Ne, das reicht sogar. Ich hätte das gedacht. Und jetzt brauchen wir noch vier weitere in diese Richtung. Eins, zwei, drei, vier, vier, vier. Ach. Ne, 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 ne. Gut. Nochmal ein bisschen Erde. 54 haben wir ja noch. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ach, ich weiß, wo ich es herhole. Ich weiß schon. Ähm. Hier. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Bis da hinten hin. Äh. 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 Ja, mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Ich weiß. Ich habe da schon ein paar Löcher wieder drin. Toll. Ähm. Hier so vielleicht. Würde es reichen? Na, hier noch nicht. Aber hier würde es wohl reichen. So. Ja, das kann man so machen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Jetzt haben wir nur noch zehn Erde. Ich brauche nochmal so eine Schaufel voll Erde. Voll Erde. Voll Erde. Brauche ich nochmal eine Schaufel. Ähm. Hallo Bison. Na du. Hau ab. Hau ab. Geh nach Hause. Geh zur Kirche. Lass dich bekehren. Oder so. Oder einfach dich. Einfach mal so. Einfach mal kehren. So ein bisschen das Fell. Oder so. Mal gucken. Die Borsten. Die auch mal wieder gerade liegen. So. Dann haben wir hier schon wieder so eine Ecke. Mann. Nicht gut. Was ist denn hier eigentlich? Ah ja. Ich sähe. Ich sähe. Ich sähe. Ja. So. Vielleicht. Dann können wir jetzt nämlich hier alles wegnehmen. Vielleicht nicht unbedingt alles. Aber so ein bisschen. So. Müssen wir das auch noch alles auffüllen hier. Ja. So ein bisschen wäre schon nicht schlecht. Deswegen wäre das extrem dumm, wenn wir es hier alles weggraben. Weil wir es auch alles wieder auffüllen müssen. Hm. Das ist nicht gut. Hm. Aber hier vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, wie wir es am besten jetzt hier machen, ohne dass wir ganze Landschaft verschandeln. Aber hier, ich glaube hier können wir so ein bisschen Erde schon noch wegbuddeln. Das geht noch, glaube ich. So. Hallo. Gut, 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 gut. So, so. Die möchte ich ja noch stehen lassen. Weil, das sind immer Kaktusfeigen und die wachsen scheinbar nur hier in dem Wüstenbiom. Ist ja auch nun verständlich. Sind immer Kaktusfeigen, ne? Also, Kaktussen. Quasi Kakteen. Und, ähm, die wachsen ja eigentlich nur in wärmeren Gebieten. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht. Wachsen Kaktusfeigen auch irgendwo, wo es kühler ist? Ich glaube nicht. Wer weiß es von euch? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin durchaus wispiger gericht, was das betrifft. So. Den können wir auch noch wegnehmen. Den auch. Den auch. Den auch. Den auch. Den auch. Ja, komm. Das nehmen wir jetzt alles mal hier weg. So ein bisschen. Ach, sind wir schon voll. Ah, ist doch toll. Schön. Vielleicht nicht unbedingt so, ne? Können wir hier eigentlich auch hier mal diese Böppelchen hier noch wegnehmen. Dann haben wir auch wieder 100 voll. Da musste ich ganz kurz mal abhusten. Sorry. Aber es ging jetzt so schnell. Ich konnte nicht mal Bescheid sagen. Aber ich konnte mich ausmüten. Ist doch toll. Ja, dann wollen wir erstmal den Rest hier nochmal auffüllen. Dann machen wir auch Folgenende. Dann seid ihr auch erstmal befreit von der Buddelei. Weil dann haben wir, glaube ich, auch erstmal genug gebuddelt. Dann können wir in der nächsten Folge dann die Chicken Waren und, und, ähm. Dieses andere Ding da aufstellen. Diese komische Grillhütte. Wo man alles kriegt. Nur kein grilltes Fleisch. Aber ist auch nicht so schlimm. Ist doch schön. Oh, das wird ja richtig schick hier. Das finde ich ja richtig schön. Das gefällt mir. Hätte ich nicht gedacht. Da sowas Schönes schon mal draus zu zaubern. Ist doch toll. Ist doch ein Träumchen. Ach, wir haben hier da hier, äh, Mais. Und, ähm. Habe ich schon erwähnt, dass wir noch Mais haben. Hier, Mais. Mais. Mais, Mais, Mais. Aha. Ach, hier, Mais. Äh, war doch, war doch, äh, war da hinten da. Ähm, wollen wir hier nicht vielleicht ein bisschen? Ne. Brauchen wir gar nicht. Mais können wir hier nicht anbauen. Von daher brauchen wir hier auch keinen Mais. Dann müssen wir den wieder in die Küche bringen. Alter. Ist ja ein, ein Aufgabenpracht hier. Meine Güte. Das machen wir auch nochmal schnell. Nicht, dass ihr euch wundert, wo der ganze Mais hin ist. Die. Da würde ich gerne noch, äh, Samen draus machen. Und daraus, die kommen erstmal so in die Kiste, weil die müssen wir ja auch wieder einpflanzen. Dann haben wir hier nämlich nur noch die Harfester drin und dann passt das. Dann ist das schon in Ordnung. Kann man so machen. So. Dann würde ich erstmal sagen, bis zur nächsten Folge Eko. Und dann sehen wir uns wieder hier am Fels. Und dann stellen wir hier die Chickenbahn auf. Und, äh, das Glashaus. Genau, Glashaus hieß das. Komische Grillhütte. Naja, also. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.